Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir sind dem tollen Anwesen... im Sanatorium. Keinem Anwesen, wir sind im Sanatorium. Und hier gibt's auch wieder viel der Bücherregale. Mit Zeug. Beseeler, Beseeler, der Oberwärter, Sanatoriumswächter. Das sieht aus wie Fachskizzen in vietanischer Ruinen und Artefakte. Also ja, die arbeiten hier wirklich mit in vietanischen Ruinen. Oder in vietanischen Artefakten, besser gesagt. Manchmal versucht jemand, den Beseelern ärger zu machen. Dieses Gebäde einer hügeligen Waldschlucht hat eine seltsam beruhigende Wirkung. So, dann gehen wir mal nach unten in die Abteilung des Wahnsinns. So, und ab hier kann ich nur noch aufs Lager zugreifen, indem ich raste. Und das Ding hier ist komplett unentdeckt. So, hier haben wir Modret. Den können wir beklauen. Ein Beseeler kritzelt fieberhaft auf eine Pergamentrolle, während seine freie Hand durch die Luft tanzt und unsichtbare Gegenstände abzählt. Seine Lippen bewegen sich im stummen Diskurs. Als dein Schatten auf seine Schriftrolle fällt, blickt er dich mit einer Mischung aus Erstaun und Verrückung an. Kann ich dir helfen? Er setzt ein höfliches Lächeln auf. Ist dir hier in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches vorgefallen? Du bliebst zur Scherze, wir sind im Sanatorium. Hier unten ist nichts gewöhnlich. Er stockt. Aber jetzt wo du es sagst, die Patienten scheinen in letzter Zeit unruhiger. Aber sie fallen, kennt man Assos Zuständigkeit, nicht meine. Nicht in die meine. Modret knickt und atmet tief durch. Wenn das alles war, woran arbeitest du? Schwerpunkt meiner Forschung sind Wicht, insbesondere wie man sie heilen kann. Was ist ein Wicht? Eine hohe Geburt, der im Säuchlingsalter eine Tierseele eingesetzt wurde. Einer der früheren Versuche der Beseelung, das Vermächtnis zu heilen. Leider erfolglos. Er nimmt seine Brille ab und wischt sich die Stirn ab. Sie zeigen während ihrer gesamten Kindheitssymptome eine abnorme Entwicklung. Aber wenn sie die Pubertät erreichen, werden sie aggressiv. Wild, aber dennoch sind sie Opfer und bedürfen unserer Fürsorge. Tierseelen in den Körper zu verpflanzen, scheint mir eine recht seltsame Lösung zu sein. Wir Beseeler wollten etwas gegen die Krise unternehmen. Besser als sie eine ganze Generation von Kindern verschlingen zu lassen. Er schaut auf einem Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Und trotz der Kontroversen schien es anfänglich zu wirken. Die Leute sprachen von der Erlösung. Kinder, die nie auf irgendwelche Reize reagiert hatten, schienen sich plötzlich ihrer Umgebung bewusst zu sein, ihrer Familien. Er atmet langsam ein. Die Komplikationen kommen erst mit der Pubertät, aber genau dann nehmen die Unvereinnehmbarkeiten zwischen Körper und Seele Gestalt an. Die Kinder werden gewalttätig, hungrig. Aber wir haben schwer für unsere Fehler bezahlt. Das versichere ich dir. Wütende Mobs haben Jagd auf Beseeler gemacht und ihre Häuser niedergebrannt. Oft mit ihnen darin. Man fing an, es die grausame Erlösung zu nennen. Und viele hassen uns noch immer dafür. Aber wir wollten dem Vermächtnis ein Ende setzen, genau wie alle anderen. Die Öffentlichkeit hat uns um unsere Hilfe angefleht und wir haben getan, was wir konnten. Ich weiß noch immer nicht, ob uns das von unserer Schuld befreit. Und warum studierst du Wichte? Er schnaubt verärgert. Was ist das für eine Frage? Er denkt nur an all die Familien, die geheilt werden könnten. Die Leben, die wiederhergestellt werden könnten. Was kann es Wichtigeres geben? Sein Gesicht hat sich gerötet und er wendet sich einen Augenblick von dir ab. Er schüttelt seinen Kopf. Die Beseelung hat eine Antwort. Ich weiß es. Ich muss sie nur finden. Aha. Gut, er ist offensichtlich begierig darauf, sie wieder seiner Arbeit zu widmen. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Diese Valdeanerin erforscht sie, sagt man. Du sollst lieber mit ihr sprechen. Sagt dir der Name Hellig etwas? Mordor zuckt zusammen Hellig. Er war, ist, meine ich, ein Kollege von mir. Er war zuvor der erste Nekromant. Er beschäftigt sich aber auch mit der Beseelung und hat mehrere Jahre im Sanatorium gearbeitet. Ich würde sagen, jeder hier hat schon einmal von ihm gehört. Er räuspert sich. Er hat vor kurzem seinen Posten verlassen. Ich glaube, er wollte sein Glück in den Valianischen Republiken versuchen. Er lehnt sich vor. Die Fortschritte, die sie in der Beseelung machen, sind wirklich erstaunlich. Gewiss hast du davon gehört. Er hustet wieder. Vielleicht auch nicht. Kennst du eine Frau namens Rowena? Nein, ich verlasse das Sanatorium nur selten. Ich seh mich nur um. Dann mach schnell und fast nichts anderes an. Dann tun wir sie vielleicht nachlässig, was Besucher angeht. Aber ich bin es nicht. Ohne ein weiteres Wort macht er sich wieder an seine Arbeit. Okay. Mordor klickt vor seiner Schriftrolle auf. Ja, wegen Hellig. Mordor klitzelt seine Robe. Wie schon sagt, er arbeitet nicht mehr hier. Da hab ich etwas anderes gehört. Er schiebt die Brille in der Nase hinab. Was willst du damit andeuten? Wenn das ein Scherz sein soll, so ist er geschmacklos. Mit dem Fingerknöcheln knack. Ich will gar nichts andeuten. Ich gehe üblicherweise etwas direkter vor. Hellig meinte es ernst. Und das tue ich auch ich. Du hast ihm also keine Klinge in die Brust gerammt und ihn in die Katakomben geworfen. Er wird erleichtert sein, das zu hören. Wordor wird bleich wie konnte. Er säufzt und fährt mit seiner Hand durch die Haare. Nun gut, ja, ich hab ihn getötet. Ich hab mir diese Bessie getötet, weil sonst niemand den Mumm dazu hatte. Ein Wahnsinniger war er. Jahrelang hat er perverse Experimente durchgeführt. Gesunde Seelen entstellt. Beschädigte Seelen gequält. Und wozu? Er hat klaffantalische Ureinwohnern die Essenz abgezogen, um sich zu amüsieren. Er deutet den Gang hinab. Wenn die Öffentlichkeit nur die Hälfte seiner Shantanen kennen würde, hätte sie das Sanatorium niedergerissen. Er stößt seinen zornigen Finger auf den Schreibtisch. Er hat das Sanatorium missbraucht, um seine kranken Neigungen zu verbergen. Er hat Schande über uns alle gebracht und die gesamte Wissenschaft gefährdet. Ich bereue nichts. Er beruhigt sich und mustert. Ich will dem auch sein. Nun kennst du die ganze grausame Geschichte. Hellig sagte, du hättest ihm sein Zauberbuch gestohlen. Hellig's Seele ist durch düste Magie in seine Leiche zurückgekehrt. Er sind auf Rache. Sehr mutig, einen Mann im Schlaf zu erstecken. Du hast ihn also getötet, um deinen eigenen Ruf zu retten. Aha. Nehmen wir die zwei. Ohne Zweifel. Er breitet die Hände aus. Aber jetzt verstehst du, warum ich ihn getötet habe. Warum ihn jemand töten musste. Wenn er dich geschickt hat, hoffe ich nur, dass ich dich überzeugen kann, zu ihm zurückzukehren und ihn ein für ein Mal zu töten. Er hat etwas, das ich brauche. Du würdest wirklich eine Abmachung mit diesem Monster eingehen? Er legt den Kopf in die Hände. Wenn du nach dem, was ich dir gesagt habe, deine Meinung nicht ändern kannst, änderst du sie nie. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich wünsche dir alles Gute. Mordred wendet sich wieder seinen Papieren zu. Hallo. Wegen Hellig. Ja, was ist mit ihm? Hellig sagte, du hättest ihm ein Zauberbuch gestohlen. Mordred runzelt die Stirn. Sein Zauberbuch? Was hat dieser Wahnsinnige dir erzählt? Ihm den Schlüssel geben. Er sagte, du würdest es in dieser Truhe dort drüben aufbewahren. Ich bin nicht in der Stimmung für Spiechen, Mordred. Her damit. Wenn du es nicht hast, wo ist es dann? Ihm den Schlüssel geben. Mordred nimmt den Schlüssel mit zitternder Hand und seinen Blick huscht zu der Truhe hinter dir. Er hat dich angelogen. Hier gibt es kein Zauberbuch. Und Hellig wollte auch nie, dass du eines findest. Ja, du hast den Gegenstand verloren, Mordreds Kofferschlüssel. Dieses jämmerliche Ding hat einen unstillbaren Durst nach Blut. Er schaudert. Danke, dass du ihn abgewiesen hast. Ich hoffe, ich kann dich überzeugen, zu ihm zurückzukehren und ihn ein für einmal zu töten. Ich denke darüber nach. Bedenke auch, was er für ein Mann ist und wozu er fähig ist. Du darfst ihm nicht vertrauen. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich wünsche dir alles Gute. In einer Ecke vom Modus Labor steht eine große, abgewäßte Truhe. Sie scheint etwas Wichtiges zu enthalten, allein ihre Größe nachzuurteilen. Die Truhe untersuchen. Hier fällt nichts Besonderes aus, mit Ausnahme des großen Vorhängeschlosses an der Vorderseite. Was der Berseder hier auch aufbewahrt, er will es vor fremden Augen und Händen schützen. Ja, die Truhe in Ruhe lassen. Howdy do. Ja, was ist mit ihm? Sehr mutig, den Mann im Schlafzimmer stechen. Mutig genug für meinen Geschmack. Angeblich soll er einmal einen Trupp von 50 Mann alleine zur Ruhe gebettet haben. Zumindest habe ich etwas getan. Er stößt, zeugt den Finger auf den Schreibtisch. Er hat das Sanatorium, es braucht ja, das kennen wir alles schon. Du hast ihn also getötet, um deinen eigenen Ruf zu retten? Modert schnappt verächtlich. Ich wollte ja den Ruf der ganzen Beseelungswissenschaft. Dir ist klar, dass es in dieser Stadt Gruppen gibt, die nur eine Ausrede suchen, uns alle zu hängen. Er schüttelt seinen Kopf. Ich lasse nicht zu, dass wir uns so hart erarbeitet haben, wegen des Wahnsinns eines einzigen Mannes verloren geht. Ja, er sind doch, Brache. Ich werde ihm den Rest geben. Mutig nicht der Leiter. Gut, ich bin froh, dass es endlich jemand tut. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich wünsche dir alles Gute. Modert wendet sich wieder seinen Papieren zu. So, das war... Nein. Stimme aus der Vergangenheit. Hellig ist noch schlimmer als ich dachte. Modert hat mir von den düsteren Experimenten seines einzigen Kollegen berichtet. Ich habe entschieden, Hellig einfach einmal das Handwerk zu legen. Ja, stoisch sind wir jetzt zwei. Wohltätig, ehrlich zwei. Leidenschaftlich könnten wir auch mal eine zwei vertragen. Also, damit haben wir das mit Modert geregelt. Und nach ihr zu urteilen ist das... Die Valianerin. Diese seltsamen Geräte scheinen vor Energie zu soren. Hail and well met. Belasesh. Eine Frau schreitet auf und ab. Ihre Schritte streichen über dem weichen, roten Teppich. Sie gestikuliert und moment vor sich hin, während sie kopfschüttelt, einen Stempel Notizen studiert. Einen Stapel, die Stempel. Sie läuft fast in dich hinein. Ecosi. Nun suche ich so angeschränkt in meinen Forschungen nach Antworten, dass ich die Gestaltung vor mich sehe. Was kann ich tun? Ja, ist dir hier in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches und Verdächtiges aufgefallen? Mir fallen selten Dinge auf, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Selbst wenn sie direkt vor mir liegen. Sentiere am Mika, aber ich bin wahrlich nicht die beste Wahl, um dir dabei zu helfen. Brauchst du sonst noch was? Was tust du hier? Meinem Forschungsstimpendium zufolge studiere ich die Erweckungen. Die Sublimation von vorerweckten Seen ist einer der großen Erfolge der Besinnung. Ich arbeite an einer Methode, das Verfahren auch auf erweckte Seen zu übertragen. Sie beißt sich auf die Lippen. Aber die Wahrheit ist, dass ich hier sehr wenige geeignete Versuchspersonen finde. Weitmins Vermächtnis hat zwar viele erweckte Seelen zurückgelassen, doch die meisten sind in zu schlechtem Zustand, um sie zu studieren. Wie soll es? Ich fürchte, ich werde mit leeren Händen nach Revua zurückkehren. Ja, ich möchte mehr über die Beseelung in den Valianischen Republiken erfahren. Es ist ein dynamisches und angesehenes Gebiet. Selbst der Bellrach-Zwischenfall hat es kaum gebremst. Die Zungen mit den Achseln. Die Leute in den Republiken sind risikofreundiger. Weniger arbeitgläubig. Sie sind bereit, alles zu probieren, was Erfolg verspricht. Es ist ein Jammer, dass so viele Leute hier in der Beseelung pfeilselig überstehen. Doch die Beseelung hat auch Potenzial, großen Schaden anzurichten. Ich weiß nicht, ob die Vorteile wirklich schwerer wiegen als die Gefahren. Die Leute sollten bei den Göttern nach Antworten suchen. Nein, so Gott gläubig sind wir nicht. Es ist ein Jammer. Tja, das ist das Wesen des Dürrwals. Die Leute hier sind mächtig stolz auf ihre Souveränität. Dabei sind sie längst nicht so unabhängig von ihren ädyrischen Brüdern und ihren glafantanischen Nachbarn, wie sie sich einreden. Sie verlassen sich zu sehr auf die unergründlichen Wege der Götter und fürchten genau jeden Fortschritt, den sie so nötig hätten. Ja, mehr könnte ich dazu nicht sagen. Was tust du hier? Du hast Glück, ich habe einen Freiwilligen. Sie springt aufstrahlend. Kellharde, wer ist das? Alle aufs Lippen kreisen sich skeptisch. Ich weiß nicht recht. Die grinsen noch breiter. Zier dich nicht so. Es ist völlig harmlos. Du musst dich nur in den Käfig dort stellen. Verzeihung? Ich scherze. Ihr Edirianer seid so verspannt. Ich weiß nicht einmal, wofür das Ding verwendet wird. Es gehört wohl dem letzten Nutzer dieses Büros. Sie haben ihn hochgestuft. Er hat jetzt seine eigene Zelle. Und wieder ich scherze. Sie reibt die Hände zusammen und kommt zur Sache. Also du musst dich hier hinsetzen. Sie ergraft Alof bei den Schultern und führt ihn zur Couch. Und versuch dich zu entspannen, aber versuch es nicht so sehr, sonst bist du nicht entspannt. Wohl wahr, seine Augen sind humorlos. Und du musst diese hier anziehen. Etwas kalt, aber das Kupfer gibt dabei deine Essenz zu leiten. Die Besehlerin befestigt dicke Kupferbänder an Alofs Stirn und Handgelenken. Als sie sie enger zieht, zuckt sein Gesicht kurz. Ansonsten zeigt er seine Irritation aber nicht. So, ich werde deine Seele nun durch mein Sichtrohr untersuchen. Sie holt aus ihrem Schreibtisch eine lange, in Kammern unterteilte Röhre. Die Seite des Geräts ist gesäumt mit Knöpfen, Skalen und kleinen Zahnrädern. Es ist mit Adralinsen von unterschiedlicher Dicke und Krümmung ausgestattet. Indem ich sie manipuliere, finde ich die Winkel und Dichte, die es mir erlaubt, die Anamorilien in deiner Seele zu verfolgen. Wie aufregend. Eine solche Aufführung habe ich noch nie miterlebt. Keiner blickt interessiert auf das Gerät. Es scheint angemessen kompliziert zu sein. Heißt das, dass wir länger mit Islmeer sprechen dürfen? Ich mag die Frau. Ich mag die Frau. Toll.